Was geht ab, Freunde? Euer Stefanie und herzlich willkommen zur Schnell vs. Langsam-Challenge. Heute haben wir dabei den Julian von FIFA Goals United. Yo, Leute, Julian hier. Genau, und heute ist es so eine richtige Extreme-Challenge, weil der eine spielt mit einem richtig langsamen Team und der andere hat so ein richtiges Flitzer-Usain-Ball-Team. Ich spiele heute auf unserem Kanal mit dem langsamen Team, genau, und er spielt mit dem schnellen Team. Und wir machen dann noch ein Rückspiel, das wird dann geswitcht, das heißt, ich spiele dann auf seinem Kanal mit dem schnellen Team und er mit dem langsamen, damit das auch ein bisschen ausgeglichen ist. Wir können ganz kurz einen Blick auf das Team werfen, und zwar, ja, sieht das langsam aus. Und zwar haben wir hier den Blanco, den Tijuana Blanco mit 4-Sterne-Skills, das ist der einzige, der, glaube ich, so ein bisschen was drauf hat, aber auch 27er-Tempo. Ja, wird ziemlich schwer für den Stefan, da was auszurichten gegen mich, aber auf unserem Kanal dann, wie gesagt, das Ganze umgekehrt. Und, joa, dann können wir eigentlich starten, oder? Genau, auf geht's. Alles klar, ab geht's und go! Ich nehme das Bimbo-Trikot an. Der Bimbo, alles klar, Freunde. So, dann schauen wir uns auch direkt mal das schnellste Team von FIFA 15 an. Ach, du Kacke, guckt euch das an. Walken, Aubameyang, Biabiani, was hast du dir da nur zusammengestellt? Hör mal, alles klar, ab geht's. Der Blanco, ey, komm, wir bleiben mal stehen. Oh mein Gott, wisst ihr noch, das letzte Pink Slips, da hab ich gesagt, die spielen sich wie Steine. Jetzt habt ihr mal richtige Steine, Freunde. Egal, komm, wir kommen hier fast durch, setzt dich durch. Ui. Nyatovic, oh mein Gott. Das machst du sehr raus. Nein, komm mal, der zieht durch, der zieht durch. Torwart, oh, da verlascht er mich. Nein, 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 nein. Oh, was ist das Tor? Und der Nachschuss rein damit. Digga, nach fünf Minuten klingelt schon, wer war's? Der Gareth Bale. Ja, der Bale natürlich. Oh mein Gott, das hat er stark gemacht, muss ich sagen. Und dann knallt er den rein mit Bale. Aber, ja, mal schauen. Guck mal, ich hab Björthi hier, meine Björthi. Komm, oh mein Gott, der zieht vorbei. Komm, Schuss. Oh nein, oh nein. Uuu, der erste Schuss. Shit, man, du nutzt das aber auch komplett aus, ne? Ja. Oh, man kann so schön mit denen durchrennen. Digga, oh shit, ich komm gar nicht hinterher. Oh, Stellungsspiel. Komm, Vre. Mihatovic, 32er Tempo ruft. Komm, da oben läuft sich einer frei. Björthi. Biti. Und komm, Vre mit dem Schuss. Oh, der Weißschuss. Ich trau mich gar nicht zu laufen mit denen, weil ich denk, die fallen nach zehn Metern schon umso langsam wie die sind. Oh, Bamjang hier, Biabiani. Das macht er gut. Und da außen steht er, Manni. Shit, shit, Torwart. Oh, der Lumpa, jawoll. Was warst du da mit dir? Digga, gleich Sitz-K.O. bei 3-0. Oh mein Gott, dieser Lumpf war einfach nur herrlich, Freunde. Hetzig. Komm, jetzt haben wir unsere Björthi hier am Ball. Oh, ich schick ihn in den Lauf. Guck mal, wie er am Rennen ist. Guck mal, wie er am Rennen ist. Oh, das war so knapp, wie er sie durchsetzen wollte. Hast du das gesehen? Ja, also die Stärke stimmt bei deinen, aber... Ey, so langsam war der gar nicht, hat sich das Gefühl. Komm, oh, jetzt vernascht er mich wieder. Da oben läuft sich einer frei. Shit. Oh, super. Oh, da vernascht er mich. Oh, guck mal, der geht vorbei. Schuss. Oh, abgefällt. Gerade noch so reingeworfen. Oh, shit. Ach du, hörst du. Da will er durchrennen. Oh Gott. Ey, das ist richtig geil, Mann. Das macht irgendwie voll Bock. Man kann das so schön durch, denn, Manni, das ist nicht mehr normal. Egal, das sieht gar nicht so schlecht aus, was ich hier spiele, finde ich. Also, ich finde, es geht eigentlich. Komm, Job. Und jetzt versuchen wir es mit dem Finesse-Schuss, der kommt nicht. Scheiße, ey. Blanco. Hoppala, da wollen wir noch vorbeigehen. Komm, einmal noch ein Distanzschuss. Blanco, Blanco. Oh, ich hab's in den Ring gesehen. Alles Innenverteidiger. Oh, der Blanco fackte die Skills aus. Hat das Auge. Oh, ja, komm, komm, komm. Der Lupfer. Oh, der Lupfer. Ich wollte es zu schön machen. Ah, den hätte ich eigentlich reinmachen müssen. Ja, das war eine richtig gute Chance gerade. Aber, ja, Miyachi beweist da, dass er doch ein guter Torhüter ist. Ja, hat er gut gemacht. Komm. Oh, shit. Was macht der denn da, der Eierkopf? Oh, ja, ja, komm. Der Ball ist noch heiß. Boah, braucht der lange, hör mal. Da ist wieder der Stein. Ja, wie so ein Boot einfach. Jawohl, komm, 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 komm. Lauf, lauf. Ballrolle. Miyachi kommt raus. Ja. Oh. Ja, nein. Das soll nicht wahr sein. Wie macht der den denn nicht? Ach du Scheiße. Oh, Julian, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, der Miyachi, der ist ein richtiger Boss da im Tor. So, jetzt Wallcourt mit dem Übersteiger. Oh, nein, 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 nein. Torwart, komm, Torwart. Da sieht er den Kollegen Biaviani. Und was macht denn der Biaviani da? Oh, da will er vorbeigehen. Einer dran, einer dran, einer dran. Oh, und der Schuss. Nein, er gibt Elfmeter. Was? Ach du Scheiße, das war doch kein Elfmeter, oder? Na ja, so. Na ja. Na ja, bleiben wir einfach bei na ja, oder? Komm, wir machen hier die Tentakel. Und unten rechts. Oh, den verschießt er, den will er zu geil machen. Ist Halbzeit, oder? Ja, Halbzeit. Ja, Freunde, Halbzeit, wir sehen es hier, ist eigentlich relativ ausgeglichen, oder? Ja, auf jeden Fall, also. Oh, ja. Komm, Blanco. Oh, ja. Da läuft er. Guck mal, jetzt wieder Hinkebein. Hinkebein, Björthi. Komm. Ja, komm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Goalas. Oh, Björthi mit dem 1 zu 2, Alter. Wie der durchgezogen ist. Guck mal, der rennt um sein Leben. Und der Torwart. Keine Chance diesmal, da geht doch was. Roberto Blanco. Komm, komm, komm. Lauf dich frei. Jawohl, 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 jawohl. Nein, das gibt es doch nicht. Ich bin verrückt. Der Bolli. Kann der überhaupt was? Wie, 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 wie spielt der sich? Ähm, ja, der ist, der ist eigentlich echt nice. Also, für einen Osser-Spieler. Oh, Bia Biani jetzt mit dem Schuss. So, jetzt über außen hier. Och, du kackt, was mache ich denn? Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Blanco. Oh, was macht der denn? Ja. Nein, was macht der denn da? Der ist doch auf Rille, der Typ. Oh, aber die Kapela hat die. Oh, ja. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Der war es wieder. Biotti oder was? Ja, ich glaube, Biotti. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, der Miyashi. So, jetzt in den Lauf von Mallcourt. Nee, 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 nee. Shit, shit. Die Hacken-Kombination. Der spielt da mich schwindelig. Oh, shit. Oh, shit. Was macht der da mit mir? Oh, du Scheiße. Der nimmt mich komplett auseinander gerade. Ach, du Kacke. Wie eine Jungfrau macht er die Beine zu. VD, auf, Blanco. Oh, nochmal hoch. Schön. Biotti. Oh, Biotti. Oh, mein Gott. Komm, komm, komm. Oder ist der Torwart einfach zu schnell? Letzter Angriff jetzt vielleicht. Oh, shit. Wie er da einfach durchzieht. Ich muss sagen, er hat richtig gut gespielt. Also, er hat auch jetzt nicht so auf Sweaty gespielt. Also, du hast jetzt nicht übertrieben Sweaty gespielt. Joa. Ich habe mich bemüht auf jeden Fall. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Bock gemacht. Ja, Freunde. Das war es dann soweit auch von diesem Spiel hier auf unserem Kanal. Mir hat es richtig Bock gemacht. Dir auch? Ja, auf jeden Fall war mal eine coole Erfahrung so. Ja, also, das müsst ihr auch mal probieren mit Freunden. Das ist einfach so ein neuer Reiz. Anstatt mit diesen richtig geilen Spielern zu spielen, einfach mal sowas ausprobieren. Das macht richtig Bock. Und ja, Freunde, wir haben noch ein zweites Spiel aufgenommen. Das gibt es beim Julian bei FIFA Go United auf dem Kanal. Auf jeden Fall abchecken. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal gegen dich zu spielen. War ja jetzt das erste Video, wo wir beide sozusagen zusammen gemacht haben. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Und hau's rein. Und ciao. Ciao. In einer Welt. saß ein kleiner junger Hobbit, der darüber nachdachte, wie er seinen Ikea-Tisch reparieren konnte.